Hoffenheims Reis Nelson Ja Don Sancho hat es beim BVB vorgemacht, jetzt glänzt auch bei der TSG Hoffenheim ein junger Engländer, und verspricht noch viel mehr. Auf dem Transfermarkt zeichnet sich ein Trend ab. Reis Nelson grinste spitzbibisch, all das Lob und die Glückwünsche zum Matschwinner machten den Teenager dann aber doch etwas verlegen. Mit seinem ersten Doppelpack für 1899 Hoffenheim beim 3.1, 0.1, in Nürnberg sorgte er nicht nur für das Ende der Minikrise bei den Kreisgauern. Der 18-Jährige hat alle beste Chancen, als weiterer Jungstar von der Insel nach Dortmunds Ja Don Sancho der Fußball-Bundesliga noch mehr englischen Touch zu verleihen. Das war erst der Anfang, da kommt noch mehr, versprach Nelson am Samstag forsch. Das war noch nicht der beste Reis, der kommt erst noch. Solche Aussagen freuen die TSG, die sich rechtzeitig vor dem nächsten Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag gegen Olympique Laien aus dem Tief mit drei Niederlagen in Serie befreite. Drei Punkte tun immer gut, in der Situation, wo wir waren, erst recht, sagte Coach Julian Nagelsmann. Ein Sieg ist immer bedeutend, vielleicht ist er noch ein bisschen bedeutender. Statt großer Zweifel überwiegt nun in Hoffenheim die Zuversicht, und das ist vor allem Nelson zu verdanken. Mit seinen sehenswerten Toren, einem Volley-Schuss in der 50. Minute und einem Wuchtreffer unter die Querlatte aus Spitzenwenkel in der 57. Minute, drehte der vom FC Arsenal ausgeliehen Offensivakteur die Partie. Hannoverens hatte dem Klub mit einem Foul-Elfmeter, 18., in Führung gebracht, Adams Zahler die deutlich überlegenen und geduldigen Gäste in der 67. Minute mit dem dritten Tor dann früh beruhigt. Coach Nagelsmann bemühte sich zwar, seinen Youngster nicht zu sehr zu loben und erinnerte an starke Vorlagen bei den Treffern. Allerdings weiß er auch, was er an dem Transfer-Schnäpfchen hat. Ich bin sehr zufrieden, er hat eine gute Präsenz gehabt, sagte Nagelsmann. Er hat an die Leistung von der U21 angeknüpft. Bei seinem Debüt für die Junioren des Relines überragte der Lockenkopf zuletzt mit zwei Toren, im Hoffenheim-Trikot steht er nun bei vier Treffern in vier Partien. Das sei eine ganz ordentliche Quote, meinte Nagelsmann. Was will man mehr, schrieb der Landener bei Instagram. Dass das nächste Fußballjuwel der Hoffenheimer aus England kommt, bestätigt den Trend. Bei der WM im Sommer verzückten die zuvor noch regelmäßig enttäuschende Engländer mit ihrem jungen Team und riefen reinweise Scouts auf den Plan. Und weil die heimische Premier League oft auf Ausländer setzt, suchen junge Spieler ihr Glück anderswo. Die Jungs gucken rüber zur Bundesliga, wo sie mehr Spiele bekommen, erzählte Nelson. Dank der langen verletzten Liste hatte der Youngster bei Nagelsmann seine Chance bekommen und sie genutzt. Ich muss weiter hart arbeiten, um dann hoffentlich in die Stammelf kommen, vielleicht schon am Dienstag, sagte Nelson vor dem Königsklassen-Match gegen Lein. Dann könnte er zeigen, ob es den noch besseren Reis schon jetzt gibt. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team